Ich gehe jetzt mal auf das einfach, auch wenn ich natürlich mit dem Katapult da ein gewisses Risiko eingehe. Guck mal, hier gibt es Eisenerz, gut. Das müsste eigentlich auch relativ sicher sein, weil gelb ist ja nicht mehr. Und das ist durch Katapulte relativ gut abgesichert. Das ist echt ein nerviges Hin und Her mit lila. Ach, hier unten ist auch noch ein Lager. Wir versuchen das mal zu attackieren. Wie gesagt, hier kann natürlich sein, dass das Katapult da jetzt drauf geht. Da würde ich die nochmal schnell wieder rausnehmen, falls das wirklich schießt. So, hier geht es auch wieder. Boah, wieder Doppelschuss. Das fetzt so richtig mal die ganze Grenze mit Katapulten zu Dingst. Feindliches Gebäude eingenommen. Da ist jetzt das Katapult weg. Jetzt nehmt doch hier unten endlich mal... Jaaa. So. Das dürfte auch einiges an Soldatenverlust äh... Darstellen. Wäre das Katapult... Äh, das Lager schon mal weg? Werden von einem Katapult beschossen? Ja, ist mir egal. Hauptsache das Lager ist dort weg. Dann können wir das meinetwegen wieder zurückerobern. Das ist mir Wurst. Aber Hauptsache die Gegner wurden da jetzt äh... kritisch getroffen. Jetzt müssen wir noch hier unten das irgendwie wegkriegen. Aber ich komm da noch nicht so nah ran, ne? Hier können wir erstmal so ein bisschen Bergwerke noch zerstören. Na gut, jetzt greifen sie dort an. Ach komm. Gewinnt ihr... gewinnt ihr doch eh. Hier. Auch ein Angriff. Keine weiteren Steinbestände hier. Aber gut, die hier oben würde ich schon gern auch noch äh... mitnehmen. So, was macht das Eisen hier? Gibt's noch genug? Dann wird das einfach mal so ein bisschen hier ausgereizt. Kohle ist ja viel. Genau, hier läuft einiges an Soldaten frei rum. Oder wird das jetzt ein Angriff hier? Auf das Ding? Nee. Die laufen einfach dran vorbei. Wo wollen sie denn hin? Zu dem hier? Na gut, das kann man eigentlich auch abreißen. Achso, jetzt läuft der dort... Jetzt läuft der dort bissl planlos rum. Na gut. Das Geburt haben sie Land verloren und werden angegriffen. Das soll das eigentlich ausgehen hier für uns. Ja. Jetzt werden wir dort angegriffen. Jetzt schlagen die wieder zurück. Also... Irgendwie so richtig... Oh! Oh! Ich dachte vielleicht, dass das irgendwie noch... noch gilt. Aber dem ist nicht so. Das Katapult müsste eigentlich hier unten das dann aufräumen. Oder? Wobei es dir schade wäre, wenn das kaputt wäre. Aber ich kann das... Na gut, mit 9 könnte ich angreifen. Na gut, machen wir es einfach mal. Das ist so ein richtig nerviges Hin und Her hier mit dem... Mit dem lilanen. Man kann immer nur ein Stück vor... Na gut, das könnte auch wieder zurück haben meinetwegen. So... Immer nur so ein Stück vor. Zwei Schritte zurück. Ah, das ist irgendwie... Dezent nervig hier mit dem. Tja... Reiß ich das jetzt nun hier teilweise ab... dieser... Sachen, weil die könnte ich ja gebrauchen. Die müssen doch auch bald mal immer... Weil wenn man die immer mit den Katapulten wegschießen... Die müssten doch auch bald mal die Schnauze voll haben hier. Das hätte ich gerne zurück. Na gut, ach ja. Das können wir denn auch überlassen. So... Jetzt kommt hier Rot wieder angeschissen. Oh, das ist doch... Wo ich mir gerade überlegt habe, ob man nicht Rot selber angreift. Dann kommen die hier an. Haben die irgendwo was? Hier haben sie... Mal schauen, ob das hier in Betrieb ist, die Schmiede. Das sieht jetzt nicht danach aus, als kommen die hier oben wieder an. Gehen auf das hier. Oder wo gehen die denn jetzt hin auf welches? Hm. Gut, Versteckung... Boah... Ne, das ist doch... Ich bin wirklich dezent genervt jetzt hier mittlerweile. Wenn ich das immer so sagen darf. Wenn ich das immer so sagen darf. Ich glaube, ich muss das wieder hier hochstellen, dass im näheren Grenzgebiet wieder mehr Soldaten in die... Dinger reingehen. Dass die besser gesichert sind. Und... Och, da macht natürlich gleich zwei auf immer platt, ja, der Spacken. So, jetzt haben wir das zurück. Absolutes Chaos. Wie sieht's denn überhaupt aus? Militärmacht haben wir jetzt wieder ein bisschen übernommen. Nachdem die lilanen dann besser waren. Wie sieht die Gegner? 784. Gut, hier haben sie nix mehr. Da haben sie nix mehr. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass das hier vielleicht leer ist. Da ist nix. Die haben halt nur noch hier. Ach, wir haben sogar noch einen Steinbruch. Aber der... Kommt der bisher her? Oder macht der einfach nix? Hier läuft noch ein Soldat rum. Wo will der denn hin? Muss man glaube ich nicht verstehen, hm? Wir werden angegriffen. Ach nee, doch, diesmal hat's gepasst. Gott. So, da kommen wieder welche raus. Die irgendwo hingehen. 110. Das werden immer mehr, äh... Eisenbarren. Könnte man da eigentlich fast schon nochmal eine Schmiede bauen. Aber irgendwie wäre es auch schön, wenn er mal Schwerter machen würde. Und nicht bloß Schilder. Wir brauchen beides. Wenn ich das mal so anmerken dürfte. Und... Wenn ich das mal so anmerken dürfte. Schmiede braucht er einen Hammer oder braucht er ein bestimmtes Werkzeug? Dann brauche ich einfach nochmal eine. Da bin ich mal so richtig schmerzfrei gerade. Ja, noch ein Eisenerzbergwerk, was kaputt geht. Das fünfte Schild. Da könnt ihr auch mal Schwerter machen vielleicht. Ach, da kommt eins. Was ist denn das für eine Wegführung hier? Na egal, lassen wir es erstmal so. Hier gehen jetzt nämlich die ersten Eisendinger auch schon wieder leer. Wie ihr seht... Und Kohle auch. Nicht, dass die Gegner mich jetzt hier ausdingsen. Macht der Steinpuch hier was? Ne, der kommt doch hier nicht hin. iar, ich habe mich zu reten und ich freue mich. Ich sacrifice mich von dir, dir gepfaß dich. Und wie das das da war, garst du mir zusammen GM? Oh, ja. Arsch lange ohne die Grenzen.